Sie ist kein Fan vom Bürgergeld, Friseurmeisterin Heike Beckmann. Auszubildende findet sie gar nicht mehr. Eine ihrer Angestellten ist jetzt auf Teilzeit gewechselt. Und das habe auch etwas mit der Höhe des Bürgergeldes zu tun. Meine Teilzeit hat früher tatsächlich 5 Tage die Woche gearbeitet. Möchte aber nicht mehr so viel arbeiten. Die Schwierigkeit ist, wir bezahlen übertariflich. Weil für Tariflohn kriegst du schon mal gar keinen mehr. Nee, der Anreiz ist einfach nicht mehr da zu arbeiten. Warum soll man arbeiten? Warum soll man sich in einem 39-Stunden-Wochen-Job kaputt machen, wenn es auch ohne geht? Die Unzufriedenheit mit dem Bürgergeld ist vielerorts groß. In Essen zum Beispiel beschwert sich der Sozialdezernent. Viele würden das Bürgergeld als bedingungsloses Grundeinkommen missverstehen, hätten keinen Anreiz mehr, sich überhaupt mit Arbeit auseinanderzusetzen. Und auch in Wuppertal macht man ähnliche Erfahrungen. Wir haben schon festgestellt, aufgrund der Bürgergelddebatte, dass wir größere Probleme haben, am Menschen heranzukommen. Also im Moment haben wir eine Rücklaufquote in Anführungszeichen von 50%. Also 50% im Umkehrschluss reagieren noch nicht mal auf eine Einladung zu einem Beratungsgespräch. In Deutschland leben etwa 5,5 Millionen Menschen vom Bürgergeld. Mehrere Hunderttausend von ihnen sind allerdings Ukrainer. Sie alle tauchen nicht auf in der Arbeitslosenstatistik. Nur deshalb schaut die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit heute so zufrieden auf ihre Zahlen. Erwerbstätigkeit und Beschäftigung sind so hoch wie nie zuvor. Und auch 2023 zählt zu den Jahren mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit der Widerwaffvereinigung. Was dagegen nicht läuft, ist die Vermittlung von Bürgergeldempfängern in Vollzeitjobs. Wer sich Arbeit völlig verweigert, den will Arbeitsminister Heil zukünftig härter bestrafen, eben zeitweise das Bürgergeld streichen. Für NRW-Arbeitsminister Laumann ist dieser Schritt überfällig. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Solidarität ist. Aber zur Solidarität gehört auch immer die Eigenverantwortung. Und die Systeme müssen so sein, dass sie den Menschen ermutigen und auch unterstützen, diese Eigenverantwortung wahrzunehmen. Und wer das nun partout nicht tut, ich finde, der darf dann auch mal spüren, dass die Solidarität nicht eine Einbahnstraße ist. Diese Aussage stimmt die Friseurmeisterin zu. Wer Hilfe braucht, der soll sie auch bekommen. Wer jedoch das System ausnutzt, findet die Friseurin, der solle auch bestraft werden. Wie könnte man die Leute locken, also mehr Anreize schaffen und trotzdem niemanden hängen lassen, der echt in Not ist? Das IFO-Institut macht dann den Vorschlag, bespreche ich mit Frank-Christian Starke aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die sagen so ungefähr, wenn jemand ein bisschen mehr verdient, dann nicht die komplette Sozialleistung wegnehmen, sondern abschmelzen, richtig? Genau, das ist ein komplizierter Vorschlag in einem sehr komplizierten System. Das haben wir beim Bürgergeld, wir haben es aber auch beim Wohngeld, Kinderzuschlag. Wenn man etwas dazu verdient, geht das bis zu einer gewissen Grenze. Bürgergeld 100 Euro. Was darüber hinausgeht, wird dann staffelweise, wird davon die Sozialleistung wieder abgezogen. Und da legen sie den Finger in die Wunde und sagen, wenn das flexibler wäre, dann könnten mehr Leute in Arbeit kommen. Und der Klo wäre, dass ich das sogar selbst finanzieren würde. Also der Staat müsste nicht mehr Geld ausgeben als jetzt. Und das gilt zum Beispiel auch für Menschen, die Wohngeld bekommen, sobald die dann über einen bestimmten Betrag kommen. Heute kommt das Wohngeld komplett weg und auch das könnte man flexibler gestalten. Genau, das gibt absurde Rechenbeispiele, die man da haben kann. Dass also Menschen sagen, Überstunden mache ich lieber nicht oder ich stocke lieber nicht noch ein paar Stunden auf, weil dann wird die Sozialleistung gekürzt. Klingt doch vernünftig, der Vorschlag, oder? Klingt vernünftig, ist aber einfacher ausgerechnet als in der Praxis umgesetzt, auch für die Beraterinnen und Berater in den Jobcentern. Denn was macht zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die gerne mehr arbeiten würde, die dann vielleicht 300 Euro mehr hätte, aber immer noch keinen Platz für zwei Kinder, die sie betreuen muss. Oder was wäre, wenn wir beide einen Getränkehandel hätten und ich würde anständige Löhne zahlen, auch mehr als den Mindestlohn, weil ich ein sozialer Mensch bin und vielleicht gewerkschaftlich orientiert. Und du würdest sagen, nö, ich nehme die Jungs, die kräftigen Jungs, die mir von der Arbeitsagentur geschickt werden. Da zahlt dann der Staat das Bürgerlenk, Geld die stocken auf. Das wäre kein fairer Wettbewerb. Also man muss sehr genau gucken, wie man die Vorschläge, die Ökonomen ausrechnen, dann auch wirklich praktisch umsetzen kann. Und dass sie eben auch wiederum nicht ausgenutzt werden. Du als jemand, der sich quasi den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, Einschätzungsfrage. Haben wir zu viel soziale Hängematte oder reichen die Anreize für Menschen, wirklich arbeiten zu gehen? Ich denke, Politiker sollten die soziale Hängematte aus ihrem Wortschatz langsam mal streichen. Weil das ist schon eine Ohrfeige für Menschen, und das sind die meisten, die unverschuldet in Not geraten sind und im Bürgergeld sind. Aber mehr Härte für die gerade junge Leute, die sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, das wünschen sich viele. Das ist der Vorschlag, den auch Minister Heil da macht. Aber das darf man auch nicht vergessen, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug gibt es nicht nur am unteren Ende der Gesellschaft, sondern das gibt es auch ganz oben. Und gerecht wäre dann meiner persönlichen Meinung nach auch, wenn man an anderen Stellen der Gesellschaft auch gucken würde. Und das lohnt sich auch noch mehr, da geht es um ganz andere Summen. Vielen Dank für die Einsicht, Frank-Christian Starke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.